Hallöchen liebe Waifus und Halsbendos, Demisumanga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einem Infohäppchen und zwar von Egmont, deutscher Verlag mal wieder und zwar ab März 2016 gibt es bei uns UQ Holder, das Sequel zu Magister Negi Magi von Großmeister Ken Akamatsu, der ja scheinbar nach UQ Holder, oder was ziemlich scheinbar schon ziemlich sicher ist, aufhören wird. Da hofft man doch dann, dass UQ Holder nochmal ein bisschen was dauert und ja, ich bin gespannt, wie gesagt, es ist ein Sequel, manche Charaktere aus Negi Magi werden da auch mal wieder ein Cameo oder vielleicht eine wichtige Rolle spielen, mir gefallen die Charaktere jetzt schon so, allein so vom ersten Blick und so, super, hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, Egmont hat dann irgendwie gedacht, joa, wir machen da jetzt noch ein extra rein und zwar pro Band gibt es halt so krasse Gel-Sticker. Hat die Welt nicht gebraucht, meiner Meinung nach, aber naja, um geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, wobei du zahlst, glaube ich, komplett aufgerundet 7 Euro für den Band. Wegen dem Sticker wahrscheinlich, das ist die Frage, will ich den Sticker? Na egal, ähm, auf jeden Fall, ich freue mich zumindest, dass es auf Deutsch rauskommt, das ist grundsätzlich eigentlich nie was Verkehrtes, ne, vielleicht haben, vielleicht manche mich da falsch verstanden. Würden manche Manga, die es auf Englisch gibt, auf Deutsch rauskommen, würde ich es mir natürlich eher auf Deutsch kaufen, allein schon wegen dem Preis, aber viele Sachen, die gibt es dann halt einfach auch wirklich nur für den englischen Markt und, ähm, das bleibt dann auch so. Aber bei UQ Holder war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nur eine Frage der Zeit war und das war es letzten Endes auch. Wann kam UQ Holder raus? Ich glaube, letztes Jahr hat es angefangen, der erste Band oder so, oder war es dieses Jahr sogar schon. Ähm, egal, auf jeden Fall, ich freue mich drauf, mehr kann ich dazu eigentlich nichts sagen, ich bin ein großer Kenna Kamatsu Fan seit der ersten Stunde, seit Lafina und auch seine anderen Werke haben mich durch die Bank begeistert und unterhalten und mit tollen Charakteren und schönen Welten, da kann man eigentlich meiner Meinung nach nichts falsch machen und, äh, ja, gut, das war es eigentlich auch schon, weil mehr gibt es jetzt halt auch nicht, aber ist doch auch, reicht doch, ne? Reicht doch. Ähm, was haltet ihr davon? Habt ihr Bock drauf und, ähm, werdet ihr es euch holen? Ist so die konkrete Frage. Bis dahin, das war's, ich bin euer René von der Meso Manga. Tau, bye bye. Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin 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 bis Vielen Dank.